Yo, Kollege hat am 3. August 1984 das Licht der Welt erblickt, oder besser gesagt Felix Antoine Lube hat am 3. August 1984 das Licht der Welt erblickt. Er ist dementsprechend 37 Jahre alt, viele zahlreiche Rapper haben ihn dazu auch gratuliert, außer der Rapper San Diego, sprich aka sein Freund aus jüngeren Jahren, würde man so sagen. Ja, Kollege hatte wie gesagt Geburtstag gehabt und relativ spät hat San Diego sich dann doch noch dazu entschlossen, oder besser gesagt er hatte ein wenig Ärger gehabt und hat sich dann am Ende doch noch dazu gemeldet. Happy Boss Day mein Bruder seit 2005, Kollege. Ich wünsche dir nur das Beste vom Besten und an die Leute die mir schreiben und fragen warum ich nicht gratuliere. Sorry für die Verspätung. Ich hatte heute ein bisschen Stress mit der Polizei, nichts wildes, aber hat gedauert. Keine Theorien bitte. Yo, das war's mit diesem Video, Freunde. Was haltet ihr zu der Thematik generell? Wie findet ihr San Diego, Kollege, dass sie sich wieder vereint haben? Ja, wir, Vegeta, Son Goku, eine Fusion. Ja, Boss Aura 2 steht vor den Türen, meine lieben Freunde. In den nächsten Monaten oder Jahren werden wir ein Kollabo der zwei Rapper erwarten. Ich danke euch fürs Einschalten. Ich wünsche euch was. Peace and out.